Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr drei neue kostenlose Roblox-Items bekommt. Und wir fangen schon mal mit dem ersten Item an. Das findet ihr hier auf der Roblox-Webseite über den ersten Link in der Beschreibung. Hier oben könnt ihr noch abtippen, falls ihr den Link in der Beschreibung nicht findet. Ist der TooCoolKohala. Den könnt ihr tragen, der rappt sich so um euren Kopf herum. Könnt ihr hier einmal sehen, dass er meine Augen zuhält. Ganz cool. Könnt ihr einfach kostenlos claimen bis zum 22.09.2022. Danach gibt's das Item nicht mehr. Vielleicht geht das dann auch irgendwann Limited. Aber wenn's Limited geht, geht nicht davon aus, dass es super teuer wird. Weil das ist ja ein kostenloses Item. Wenn die Limited gehen, dann enden die genauso wie zum Beispiel das Ding hier. Mit 4 Millionen Ownern. Für die nächsten beiden Items gehe ich auf meinen zweiten Account, weil ich den mit meinem Hauptaccount schon habe. Da gebe ich dann oben in die Suchleiste ein. TechQuest. Oder ihr klickt auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Und dann kommt ihr zu dem Spiel Welcome to TechQuest by Computer History Museum. Da könnt ihr dann einfach beitreten und könnt ganze zwei kostenlose Items abgraben. Das erste Item ist super einfach. Also erstmal gehen wir hier ins Spiel rein. Dann lädt mal wieder alles sehr lange. Dann gibt's ja auch irgendwelche Daily Sachen, die ihr einsammeln könnt. Könnt ihr auf Accept klicken. So. Für das erste kostenlose Item, das ist so eine Kette, die werde ich euch dann gleich zeigen. Für die müsst ihr dann einfach nur zum Ocean gehen. Heading to the Ocean. Und dann springt ihr ins Wasser rein. Und wenn ihr eine gewisse Zeit im oder unter Wasser verbracht habt, dann kriegt ihr automatisch ein Achievement. Und mit dem Achievement dann auch ein neues kostenloses Item. Die meisten Leute schwimmen nach da hinten, weil irgendein YouTuber gesagt hat, man muss unbedingt nach da hinten schwimmen. Es ist aber vollkommen egal. Ihr könnt auch hier lang schwimmen. Hauptsache ihr verbringt eine gewisse Zeit unter Wasser. Und es ist nicht beruhigend, hier so unter Wasser zu chillen. Und da habe ich schon das Item. Und das, obwohl ich nicht nach da hinten geschwommen bin, sondern hierhin geschwommen bin. Also ihr müsst einfach wirklich nur Zeit im Wasser verbringen. Und was das für ein Item war, zeige ich euch gleich. Aber vorher zeige ich euch noch, was ihr hier noch tun könnt für ein weiteres Item. Das letzte Item ist nämlich eine Computer History Museum Base Cap. Und dafür müsst ihr in diesem Spiel erstmal Tokens verdienen. Hier links seht ihr, wie viele Tokens ich habe. Null. Und ihr könnt Tokens verdienen, indem ihr, egal wohin geht, dann hier unten auf dieses Item geht. Und dann seht ihr hier Tasks, die ihr machen könnt. Könnt ihr hier raufklicken und dann seht ihr, okay, da muss ich hinlaufen für eine neue Task. Hier hat auch schon jemand das Koala-Ding an. So. Youth Ambassador. Dann klicke ich den an. Der labert dann irgendwas. Ist mir eigentlich auch vollkommen egal, was der labert. Ich lasse ihn einfach durchreden. Und wenn er dann fertig ist mit seinem ewig langen Dialog, dann kriegen wir eine Quest. Klicken hier unten auf die Toolbox. Und dann haben wir hier ein Tool. Okay, jetzt müssen wir irgendwas mit der Drohne machen. Underwater Drone. Hier steht ganz viel Zeug, aber ist egal. Ich klicke aufs X und dann geht es auch schon los. Scan Corals. Okay. Okay. Mit E kann ich runter, mit Q kann ich hoch. Und dann muss ich Korallen scannen. Und dafür muss ich wahrscheinlich einfach zu diesen Punkten hin. Natürlich, es gibt wahrscheinlich Quests, die schneller gehen und die länger dauern. Aber wir machen das jetzt. Und da vorne sind schon die ersten Korallen. Und dafür muss ich jetzt wahrscheinlich einfach nur in diesen Punkt hier rein navigieren. Scannen. Dafür drücke ich Space. Bam. 19 Grad. Wunderbar. Also ich muss nur D drücken. Okay. Dann drücke ich auf 19. Unhealthy Coral Reef Submitted. Okay. Und dann gehen wir zum nächsten Korallenriff. So. Ich drücke Space. Scannen. Und jetzt drücke ich einfach wieder D. Kann ich gedrückt halten? Nee. Ich muss wirklich öfters D drücken. Bis ich bei 24 Grad bin. So. Und dann weiter zum nächsten Korallenriff. Und da hinten ist schon das nächste Korallenriff. Ich drücke Leertaste. Und dann drücke ich wieder D, 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 D. Ihr könnt auch, wenn ihr am Handy seid, einfach auf die Knöpfe auf den Bildschirm drücken. Ist ja klar. Und weiter geht's. Zum vorletzten Korallenriff. Wo ist denn das letzte? Oh Mensch. Ich hätte ganz links anfangen sollen. Egal. Dann kann ich wenigstens die wunderschöne Unterwasserwelt begutachten. Das machen viele Roblox-Spiele nicht. Ganz viele Roblox-Spiele machen halt Wasser ins Spiel rein. Aber unter Wasser ist einfach nichts. Gar nichts designt. Richtig schlimm eigentlich. Naja. Ich gehe jetzt zum letzten Ding hin. Guck mal, wie ich da den Namen von den Leuten sehe. Weil mein Charakter da hinten steht. Und wie viele Leute hier schwimmen. Und sie schwimmen alle nach da. Weil sie denken, dass sie dort das Item bekommen. Ich meine theoretisch schon. Ja, wenn man in diese Richtung schwimmt, dann kriegt man das Item. Ihr müsst doch nur eine gewisse Zeit unter Wasser verbracht haben, Leute. So. Rein hier. Scan. Und D, 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 D. Oh, 25 Grad sogar. So. Excellent work. Ja. Und für diese excellent work kriegen wir nochmal einen Dialog von dem Typen. Und ich habe zwei Tokens bekommen. Ihr braucht, glaube ich, acht Tokens. Deswegen werde ich nochmal mit dem Typen da hinten sprechen. Vielleicht gibt ihr mir ein paar mehr. Okay. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich verlasse nochmal kurz das Spiel. Ich habe nur kurz rausgetappt und wieder reingetappt. Und dann ist irgendwas passiert. Sorry. So. Das Spiel ist auch ein bisschen verbuggt an manchen Stellen. Aber okay. Dann gehe ich nicht mehr zum Ocean. Sondern gehe jetzt stattdessen einfach mal zur Community. Weil hier gibt es eine Quest, bei der man ziemlich viele Tokens bekommt. Heading to the Community. So. Und da vorne stehen auch schon einige Leute bei dem Typen. Wir gehen einfach zu ihm hin. Quatschen ihn an. Kann ich gerade noch nicht machen, weil mein Charakter noch nicht geladen ist. Alter. Wo ist mein Charakter? Please. Okay. Jetzt ist mein Charakter da. Jetzt muss ich nur das Proximity Prompt mit ihm kriegen. Und dann einmal E drücken. So. Dann habe ich mit ihm gesprochen. Busy Traffic Light. Bla bla bla. Äh. Für Autos machen Abgase. Bla bla bla. Und ich muss die Emissionen verringern. Wir klicken wieder auf die Toolbox. Haben jetzt hier das andere Gerät. Da steht irgendein Tutorial. Ist auch egal. Wir müssen die Emissionen hier nach unten bekommen. Deswegen klicke ich nach unten. Hier ging es nach unten. Okay. Sensitivity klicke ich soweit, bis das nach unten geht. Und dann klicke ich auf Duration, bis das nach unten geht. Und wir haben es geschafft. So. Jetzt labert er wieder was. Er labert und labert und labert und labert und labert. Und wird einfach nicht fertig. Und. Ein Token haben wir nur dafür bekommen. Okay. Das ist ein bisschen wack. Dann machen wir aber gleich die nächste Quest. Dafür können wir hier reingehen. Mit dem Dude sprechen. Und bei dem muss man eine Schildkröte programmieren, damit sie ein Labyrinth löst. Dafür klicken wir wieder auf unseren Toolbox-Handy. Und dann sehen wir hier. Show Maze. Dann seht ihr hier. Die Schildkröte muss erst nach rechts. Dann nach oben. Dann nach rechts. Dann nach unten. Dann nach rechts. Dann nach oben. Dann nach rechts. Dann nach unten. Dann nach links. Dann nach unten. Und dann nach rechts. Und genau das müsst ihr hier eingeben. Das bedeutet erstmal nach rechts. Dann nach oben. Dann nach rechts. Dann nach oben. Muss ich einmal nachgucken. Rechts. Oben. Rechts. Unten. Dann wieder rechts und oben. Dann wieder rechts und unten. Dann einmal nach links. Und nach unten. Hier seht ihr dann die Lösung. Rechts. Oben. Rechts. Unten. Rechts. Oben. Rechts. Unten. Links. Unten. Rechts. Und dann klickt ihr einfach auf Run Commands. Und dann läuft die Schildkröte den Pfad, den ihr einprogrammiert habt, erst nach rechts. Dann dreht sie sich. Dann geht sie nach oben. Dann dreht sie sich. Dann nach rechts. Dann dreht sie sich wieder. Dann geht sie nach unten. Dann dreht sie sich wieder. Dann nach rechts. Dann dreht sie sich wieder. Dann nach oben. Dann dreht sie sich wieder. Dann nach rechts. Dann dreht sie sich noch einmal im Kreis. Und geht wieder nach unten. Und dann dreht sie sich noch einmal im Kreis. Dann nach links. Dann dreht sie sich nochmal. Dann nach unten. Und dann geht sie ins Ziel. Nach rechts. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Jetzt labert er wieder. Bla bla bla. Wunderbar. Gut gemacht. Yay. Du bist ein echter Programmierer. Ihr müsst mal links klicken oder halt drauf tippen, damit er weiter labert. Und ich habe elf Tokens. Das bedeutet, ich habe echt viele Tokens dafür bekommen. Ich kann jetzt hier auf dieses Symbol hier klicken, um wieder nach Hause zu kommen. Ins Computer History Museum. Und angekommen im Computer History Museum müsst ihr dann nur noch zu diesem Automaten hier rechts gehen. Nicht da da links, sondern der hier rechts. Und kauft euch ein Haustier. Ich kaufe mir hier diesen Robohund. Und kriege hier unten das nächste Aktzeichen. Und ich zeige euch jetzt, was wir für Items bekommen haben. Dafür gehe ich wieder aus diesem Spiel hier raus. Gehe dann auf meinem Avatar, auf Gestalten, auf Accessoires. Und dann seht ihr, wir haben hier einmal diese Computer History Museum Cap, die ihr auf diesem Kopf gar nicht richtig erkennen könnt. Und bei Hals habe ich auch was Neues bekommen. Und zwar diese Computer History Museum Kette. Die ein bisschen groß für meinen Charakter ist. Aber die sind schon ganz cool aus, finde ich. Und bei der Cap finde ich auch ganz cool. Das seht ihr hier jetzt in der kleinen Vorschau nicht. Aber die sieht ein bisschen abgetragen aus. Die sieht ein bisschen realistischer aus. Nicht wie diese anderen Caps, die man so bekommt. Und das sind die drei Items, die ihr bekommen könnt. Also falls ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und... Tschau!